Am Anfang hatte ich gar keine Angst, kein Gefühl, aber dann... Dann kam... Ich dachte, wenn man nicht allein ist, kann man draußen vielleicht auch glücklich werden. Ich bin gerettet worden. Ich glaube, ich muss ihn wiederfinden. Du hast Besuch. Von welchem Stern kommst du eigentlich? Der ist nix für dich. Was ist sie? Ich will wissen, ob sich mein Leben ändern muss und ob du der Grund dafür bist. Du kannst du nicht findest. 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 Untertitelung des ZDF, 2020